Hi und herzlich willkommen zum Business Kung Fu Podcast. Mein Name ist Marco Siebert und ich mache meine Reise in den Bereichen Erfolg, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zu deiner Reise. Begleite mich und deine Life aus meinen Fehlern, Erfolgen und Erkenntnissen, um dein Leben auf die Überholspur zu bringen. Hi, hier ist der Marco. Heute ein bisschen provokanter Titel. Bleib so, wie du bist. Fuck off. Ja, also ich denke mal, jeder wird schon mal den Satz gehört haben. Bleib so, wie du bist. An sich ist es ja erstmal positiv, sollte man meinen. Aber im Grunde ist es ja so, wir entwickeln uns ständig weiter. Zumindest sollte das so sein. Ja, und eigentlich ist das ja dann eher etwas Negatives, wenn man zu dir sagt, bleib so, wie du bist. Das heißt nämlich dann, entwickle dich bitte nicht weiter. Das heißt dann, bleib so, wie ich dich kennengelernt habe oder wie ich dich jetzt momentan mag. Denn wenn du dich veränderst, dann ändert sich eben auch diese Beziehung. Ja, und dann kann es eben gut sein, dass man miteinander eben nicht mehr so klarkommt. Wer kennt das denn noch, jetzt außer mir, dass man Leute früher hatte, mit denen man sich super verstanden hat, waren so die besten Freunde, vielleicht so ein Kopf und ein Arsch. In der ganzen Schulzeit durch, man hatte immer die gleichen Themen, man hat immer, ja, die gleichen Interessen gehabt, man hat sich getroffen, man hat sich verabredet, man hatte eigentlich immer, also immer die gleichen Gesprächsthemen auch, man war immer auf einer Wellenlänge. Ja, gleiche Hobbys. Und dann hat sich das so ein bisschen zerlebt, ja, weil jeder steigt dann irgendwo im beruflichen Bereich, in einen anderen Bereich ein. Manche Leute gehen studieren, einige gehen ins Ausland für eine Weile, ja, andere sind in großen Firmen, machen Ausbildungen, wie auch immer, ja, ziehen auf jeden Fall weg. Das heißt, man verliert sich so ein bisschen zumindest physisch aus den Augen. Ja, man ist vielleicht noch ein bisschen in Kontakt über WhatsApp, über Facebook, über irgendwelche Social Media Kanäle mittlerweile oder man telefoniert gelegentlich. Ja, aber es ist halt auch nicht mehr so ganz wie früher und es kommen halt auch immer mal Lebensphasen dazwischen, die einfach, ja, unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, sich mit den anderen Menschen dann groß zu befassen. Vielleicht hat man gerade eine Familie gegründet, vielleicht hat man eine Firma gegründet. Ja, vielleicht ist man im Studium so eingespannt, dass man für eigentlich für nichts anderes mehr Zeit hat. Und ja, ich sag mal, nach einer Weile, nach ein paar Jahren vielleicht, trifft man sich irgendwann wieder und stellt dann plötzlich fest, also irgendwie stimmt das alles nicht mehr so mit den Menschen. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt, ja, weil es sind die gleichen Themen, ja, die Hobbys, die er hatte oder die wir damals hatten, die hat er immer noch. Was stimmt hier nicht mit ihm? Ja, und da ist die Antwort gar nichts. Ja, also es ist mit ihm stimmt alles soweit für ihn betrachtet. Du hast dich verändert. Das ist eine Beobachtung, die ich machen konnte in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten, dass ich mit vielen Menschen, mit denen ich sehr, sehr viel Kontakt hatte, dann irgendwann gar nichts mehr anfangen konnte. Ja, ich bin ein Mensch, ich muss viel dazu lernen. Also ich habe viele Seminare gemacht, viele zusätzliche Ausbildungen gemacht im Sportbereich, eine ganze Menge Wissen angesammelt. Ich bin einfach ein sehr interessierter Mensch. Ja, und man denkt immer, ja gut, da hast du ein paar mehr Bücher im Schrank stehen, du hast ein paar mehr Ordner mit Unterlagen da stehen. Aber ansonsten bist du ja der Gleiche. Nee, absolut nicht. Überhaupt nicht. Ist nicht wahr. Auch wenn du es vielleicht nicht selbst wahrnimmst, du veränderst dich tagtäglich. Und dadurch, dass du ein Verhalten veränderst, ja, also du gehst nicht mehr so oft ins Kino, in die gleichen Filme, du gehst nicht mehr zu denen, den Sportveranstalten, du guckst dir diese Sachen nicht mehr im Fernsehen an. Dadurch veränderst du dich innerlich immer weiter. Und irgendwann kommt das natürlich auch im Außen an, weil natürlich auch deine Interessen deine Glaubensmuster beeinflussen und deine Glaubensmuster beeinflussen natürlich auch deine Handlungen und deine Handlungen werden ja zu deinen Gewohnheiten. Das heißt, du entwickelst ganz andere Gewohnheiten, ganz andere Routinen und das machen im besten Fall die anderen Leute auch, aber das wird wahrscheinlich nicht die gleiche Richtung sein. Am erschreckendsten finde ich es eigentlich, wenn man sich dann nach Jahren, Jahrzehnten mit den Leuten trifft oder unterhält und man hat das Gefühl, die sind keinen Meter weitergekommen. Die sind immer noch im gleichen Betrieb oder im gleichen Bereich tätig. Die haben vielleicht mal die Firma gewechselt und die haben auch gar kein Interesse mehr, irgendwas anderes zu machen. Die möchten innerhalb der Firma vielleicht in die Hierarchie ein bisschen aufsteigen, Abteilungsleiter werden, wobei viele wollen auch das nicht, weil es wäre Verantwortung und Druck. Am besten einfach ein gut bezahlter Arbeitnehmer. Ist auch nichts gegen zu sagen. Aber auf der einen Seite möchten sie häufig halt auch viel im finanziellen Bereich erreichen, möchten glücklich werden, möchten einfach was erreichen. Auf der anderen Seite ist da die Bereitschaft nicht da, Dinge zu verändern, weil das ist außerhalb der Komfortzone. Und deshalb ist es natürlich auch so eine Gratwanderung immer, wenn man sich mit den Menschen dann auch wieder trifft. Aber wenn man den Kontakt wieder intensiviert, du kennst bestimmt dieser, es ist ein Leitspruch, der besagt, du bist immer der Durchschnitt der fünf Leute in deinem Leben, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mit denen du am meisten Zeit verbringst. Da ist was dran. Ob das jetzt wirklich fünf Leute sind, ob es zehn Leute sind, ob es drei Leute sind, sind, ja, das ist eben die Frage. Die eigene Familie zähle ich da jetzt gar nicht so zu, sofern die nicht so einen extremen Einfluss hat in irgendeine bestimmte Richtung. Ja, weil die prägen ja immer mit, die sind ja sowieso immer da. Und ja, aber zumindest was so die eigenen Bekannten und Freunde angeht, ja, oder Arbeitskollegen teilweise auch, das macht einen massiven Einfluss. Und deshalb ist es nicht unbedingt positiv, wenn man sich dann mit den Leuten, die auf einer Stufe stehen geblieben sind, dann so intensiv wieder auseinandersetzt oder zusammensetzt. Ja, auseinander ist es ja in dem Fall nicht. Ja, deswegen denk mal drüber nach. Wie ist das? Hast du Leute in deinem Umkreis, wo du im Nachhinein jetzt sagst, boah, also irgendwie ist der platter geworden. Ja, irgendwie ist die, weiß ich nicht, die ist noch so genauso komisch drauf wie früher. Ja, oder die ist noch komischer drauf als früher, wobei es vielleicht so ist, dass sie wirklich genauso ist wie vorher und du dich weiterentwickelt hast. Ja, ich stelle es immer wieder fest, auch wirklich, dass es schleichend über ein paar Monate manchmal einfach geht, ja, also daran merkst du auch, wenn du das Gefühl hast, dass innerhalb von wenigen Monaten du mit den Leuten nicht mehr klarkommst, dann liegt das häufig gar nicht mal so sehr an den Leuten, es sei denn, die haben halt selber einen schlechten Einfluss noch mit dabei, zum Beispiel neuen Partner, das gibt es auch immer mal, aber dass du dann plötzlich für dich spürst, weiß ich nicht. Ah, also innerhalb von so kurzer Zeit, irgendwas stimmt doch da nicht mehr, ja, und dann rezitierst du mal so ein bisschen für dich, reflektierst mal, was war denn bei dir in der letzten Zeit, in diesen Monaten? Und dann merkst du, okay, ich war auf drei Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung, ich habe mir einen Online-Kurs dazu, zum bestimmten Thema geholt, ja, habe mich da weitergebildet, ich mache sowieso eine Fortbildung in dem und dem Bereich, habe die Seminare besucht, ich habe die und die Bücher gelesen alle, fand ich super spannend, habe die durchgearbeitet, ich habe Notizen gemacht, ich habe angefangen Dinge umzusetzen, ja, du hast massiv an dir gearbeitet, du hast dich verändert, der andere verändert sich ja nicht mit oder die andere, ja, im besten Falle wäre es natürlich super, wenn die das gleiche macht wie du in dem Moment, aber, oder derjenige, aber das passiert in der Regel nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, bist du mit deinem Leben so weit zufrieden, dass du sagen kannst, ja, das ist es, ja, ich brenne für das, was ich jetzt mache, also im Bereich Beziehung, im Bereich Gesundheit, im Bereich Fitness, im Bereich Finanzen, im Bereich Selbstverwirklichung, bist du so weit, dass du sagen kannst, ja, boah, das ist geil, ja, oder bist du jemand, der sagt, ja, gut, Arbeitswoche, Montag bis Freitag, das muss man halt mal durchhalten, am Wochenende wird es ja wieder cool, dann machen wir einen Ausflug, das ist ja ganz schön, da kann man sich auch mal erholen, ja, und bald kommt ja auch der Urlaub, da sind wir dann zwei Wochen auf Mallorca und dann im Winter machen wir nochmal zwei Wochen Skiurlaub, ja, und ich meine, was will man auch sonst viel machen mit 1,5 Kindern, ja, also weißt du, worauf ich hinaus will, ja, im Prinzip dieser typische klischeehafte Durchschnitt 1,5 Kinder, 2,5 Urlaube im Jahr, ja, und da muss ich von meiner Seite aus sagen, das waren ja Menschen, mit denen ich nichts mehr zu tun haben konnte, ja, es ging nicht, ich habe keinen Ansatzpunkt mehr gefunden, wo man sich da zusammenrotten konnte, ja, man konnte sich mal, weil man im gleichen Verein zum Beispiel tätig war, an einen Tisch setzen über Sachen, die den Verein betrafen, konnte man halt dann reden, aber so alles, was daneben her war, das war dann, weiß ich nicht, ja, da habe ich dann gesagt, es sind keine Ziele mehr da, irgendwie keine Ambitionen, wird mal umgezogen, ist das Haus ein bisschen netter, ist ein Zimmer mehr drin, aber das war es, ja, ich da auch, es war ein guter Bekannter von mir, der auch im Marketingbereich, glaube ich, tätig war, habe ich auch gefallen, so mal, ja, oder ich habe ihm erzählt, was ich mache, ja, hier in dem Bereich, also in der, im Bereich der, im therapeutischen Bereich bilde ich mich aktuell weiter, ja, und das und das und das Buch und das Seminar und das Seminar, ja, und boah, das war richtig geil, als ich das gelernt habe, richtig cool, und dann sagt er, boah, das wird mir ja viel zu stressig, ja, ich will am Wochenende auf ein Seminar gehen, da will ich mich entspannen, ja, und da freue ich mich da schon auf den Urlaub, sag mal, was ist das denn, ja, und zum Abschluss am besten dann noch dieser berühmte Satz, bleib so, wie du bist, und da denke ich mir dann, fuck off, nein, ich bleibe nicht so, wie ich bin, ja, weil ich kann mit diesen oberflächlichen Themen einfach nichts mehr anfangen, ja, also deswegen, es ist ganz wichtig, dass du, also gerade du auch, ja, Persönlichkeitsentwicklung betreibst, weil das auch eine Persönlichkeitsveränderung ist, und eine Entwicklung ist ja in den meisten Fällen auch eher zum Positiven hin, weil du fängst ja nicht an, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, indem du, weiß ich nicht, dir dann 50 Jahre Bild-Zeitung reinziehst nachträglich, ja, und damit eine Persönlichkeitsentwicklung, also eine Abwärtsspirale machst, sondern du wirst dir ja schon entsprechende Literatur dann auch holen, ja, oder halt entsprechende Seminare besuchen, das ist so wichtig, das ist so wichtig, du kriegst so andere Blickwinkel, ja, ich habe das bei mir auch gemerkt, weil ich in einem neuen Coaching im Prinzip angefangen hatte, äh, mit neu, also wo auch der, der Part Mindset, also persönliche Einstellung und Entwicklung, die, ähm, viel mehr mit beleuchtet wird, als in anderen Business-Coachings, boah, ja, allein dadurch, da habe ich in einer Woche einen Sprung gemacht, ähm, wo ich sonst vielleicht Monate für gebraucht hätte, ja, ist der absolute Wahnsinn, ja, und deswegen, es ist ja wirklich eine Beleidigung, ja, also ich bin mittlerweile schon regelrecht beleidigt, wenn es mir jemand sagt, bleib so, wie du bist, ich will nicht bleiben, wie ich bin, wenn ich bleibe, wie ich bin, dann hänge ich fest, ja, dann kann ich nicht besser werden, dann kann ich nicht weiter aufsteigen, dann kann ich mein Business nicht voranbringen, ja, und es ist so viel möglich, ich habe ein Leben, warum soll ich das verschwenden, indem ich, ja, meine Jahre einfach wiederhole, ja, also das gleiche mache wie letztes Jahr, das gleiche vorletztes Jahr, dass ich, dass sich die Jahre nur noch darin unterscheiden, wo war ich denn im Urlaub, nee, vorletztes Jahr war ich in der Türkei, all inclusive, nee, Moment, das, nee, in Marokko, nee, in Marokko war ich, war ich vor vier Jahren, Türkei, nee, in Dubai war ich gewesen, nee, Dubai war aber nicht all inclusive, doch, doch, Dubai war, ja, so, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich in welchem Jahr war, das ist das Einzige ist in den Jahren, worin die Jahre sich noch unterscheiden, ja, das sind die Urlaubsorte, in die man hinfährt, wo man dann zwei Wochen in seinem All-Inclusive-Hotel sitzt, von dem Land an sich gar nichts mitkriegt, weil man einfach nur draußen am Pool liegt, das ist ein Albtraum für mich, das ist ein absoluter Albtraum, ja, ja, wie ist das bei dir, hast du Menschen in deinem Umkreis, denen es ein Dorn im Auge ist, auch wenn sie es vielleicht nicht sagen oder vielleicht auch selber gar nicht genau wissen, dass du dich veränderst, die sagen, naja, du bist irgendwie komisch geworden die letzte Zeit, also irgendwas stimmt mit dir nicht, also du warst mal wesentlich angenehmer, ja, eben nicht, du bist einfach, wenn man es in Computerspiel Metaphern sagen würde, du bist ein Level aufgestiegen, ja, damit will ich nicht sagen, du hast andere runtergedrückt oder so oder das auch nicht abwertend gegenüber anderen Menschen gedacht, du hast dich weiterentwickelt, ja, und das sind viele Menschen eben nicht bereit zu tun, deswegen lass dich auf keinen Fall runterziehen, indem sie sagen, nee, komm, komm, bleib mal ein bisschen auf dem Boden, alles gut, ja, komm, wir machen mal auch tollen Urlaub, ja, klar, kannst auch tollen Urlaub machen, alles gut, ja, aber bleib an deinen Zielen dran, ja, dieses bleib so wie du bist, ist der größte Fluch, den man jemandem antun kann, jemand, der der Meinung ist, nee, falsch, also jemand, der sich wirklich weiterentwickeln will, das ist das Schlimmste, was du ihm antun kannst, dass du sagst, ey, bleib so wie du bist, ja, das heißt, du machst immer die gleichen Handlungen, immer die gleichen Handlungen, dann bist du automatisch wieder im Hamsterrad und ich habe doch eigentlich lieber so eine richtig geile Autobahn als das Hamsterrad, ja, Autobahn berg rauf, dann am besten wirklich so ein, so ein Unimog, so eine Art, ja, so ein richtig geländegängiges Fahrzeug, Differenzialsperre, das heißt, mit 100 Stundenkilometer bergauf. Das waren so ein paar Sachen, die ich dir gerne mitgeben wollte und wir hören uns die Tage, ich freue mich auf dich, mach's gut, dein Marco, ciao. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Wenn dir die gefallen hat, dann gib ihm noch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung, empfiehl ihn weiter und kommentiere ihn. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und meiner exklusiven Business Kung Fu Community Facebook-Gruppe beitrittst. Alle Infos findest du unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.